So, wir gehen rein in das Video von Solmecke zu ApoRed. Schuldenstatement ist fake, doch Insi-Modus ist weiter aktiv. Wilder Titel, wir schauen rein, was der Solmecke zu sagt. Ich bin gespannt. ApoRed hat alle mal wieder hinters Licht geführt. Sein Video, in dem er behauptet hat, 3,6 Millionen Euro Steuerschulden zu haben, war fake. Das hat er gestern klargestellt und den Prank hat sich niemand Geringeres ausgedacht als sein Kumpel Leon Machère. Aber trotzdem war etwas Wahres dran an diesem Fake-Video. Ich habe mir mal angeschaut, wie es um die Finanzen von ApoRed wirklich aussieht und was es bedeutet hätte, 3,6 Millionen Euro Steuerschulden zu haben. Bleibt dran. Das war halt, wie schon gesagt, eine Sache, die fand ich schon sass, habe ich aber nicht weiter hinterfragt, weil ich es halt einfach, weil ich mich da einfach nicht so gut auskenne mit den YouTube-Einnahmen und so weiter und so fort und was er da noch so alles an Unternehmen hat, dass er da überhaupt so eine große Zahl an Schulden haben kann. Fand ich irgendwie sass. Aber ja, schauen wir mal an, was der Solmecke zu sagt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt, auch zu den Themen der YouTuber. Denn die bauen manchmal Scheiß, die machen Bomben-Pranks, kommen dafür vielleicht ins Gefängnis und veranstalten sonstige schlimme Dinge. Und ich beobachte das Ganze hier rechtlich. Ich habe mich allerdings etwas zurückgehalten, als der ApoRed gesagt hat, er hätte 3,6 Millionen Euro Steuerschulden. Warum haben wir darauf nicht reagiert? Naja, weil ich mich gefragt habe, okay, wenn man 3,6 Millionen Euro Schulden bei der Steuer haben will, dann müsste man ja eigentlich erstmal, naja, das Doppelte ungefähr über den Daumen gepeilt verdient haben. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann es sein, dass ApoRed 7 Millionen Euro verdient hat und die dann der Steuer in irgendeiner Weise vorenthalten hat. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ja, also das ist schon, das ist, ja, gute Frage. Also wie konnte das überhaupt passieren bei so einer immens hohen Summe? Ein Video von ApoRed, was ja eigentlich schon viel, viel älter war, da hat er gesagt, ApoRed ist Millionär. Das ist aus dem Jahr 2022, darauf hatte ich damals auch schon reagiert. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. Brokey, mokey, hau, hier, ha, ha, alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Diese ganzen YouTuber-Goofies, die sowas sagen, ganz ehrlich, absolute Vollgoofies, werden niemals auf mein Level kommen, ist halt einfach Fact, Digga. So, also er ist Millionär. Jetzt angeblich, vor ein paar Tagen, die Rolle rückwärts, die seht ihr hier. Doch kein Millionär, sagt er hier. Ich habe gar kein Geld mehr. Zuallererst auch, sorry an alle da draußen, weil ich habe ja erstmal gesagt, die ganzen Gerüchte, was da erzählt worden ist. Klar, InSimonos ist ja aktiv gewesen. ETC habe ich aber gesagt, Digga, trotzdem, die Millionen sind am Start. Mir geht's top, die Autos sind am Start, die Klamotten am Start. So, ich bin ehrlich, gar nichts am Start. Das ist das Video, was vor ein paar Tagen dran, und ihr seht es hier recht, wahnsinnig viele Leute haben reagiert, oh, ApoRed ist pleite, das kann doch nicht wahr sein. An der Stelle habe ich mich schon gefragt, okay, ApoRed ist pleite, ist doch eigentlich keine Neuigkeit. Gut, die Neuigkeit waren jetzt die 3,6 Millionen Euro Steuerschulden. Ja, und jetzt kam gestern Abend ein Video auf dem Kanal von Leon Machère. Und da sieht man, dass alles offenbar nur Fake ist. Das heißt auch schon so, ApoRed Fake Statement, wenn du Eier hast. Das ist ein ehemaliges Erfolgsformat von den beiden, wo sie Pranks machen und wir hören mal rein. Krass, Bruder, wir gehen jetzt zu dir nach Hause und du drehst ein Video. Was du machen musst, sag ich dir gleich direkt. Komm. Ja, wieso? Bruder, nicht wieso, einfach mitkommen und dann drehst du das krasseste Video. Ich sag nichts, Digga. Aber was so ein Video soll ich machen? Soll ich das ein Coming-out machen, oder was? Bruder, mach dir mal keinen Kopf, überlass das mir mal, Digga. Und Leon Machère hat dann genau gesagt, wie das Video ablaufen soll und hat hier ein richtiges Drehbuch geschrieben und hat auch da sein Steuerschulden. Voll krass. Wir sind in dem Video in der Türkei, ne? Und Leon hat gerade gesagt, wir gehen jetzt zu dir nach Hause. Das heißt, ApoRed hat ja dann irgendwie eine Wohnung in der Türkei. Und in dem Video, in dem Statement-Video, bevor jetzt das Leon Machère-Video hochgeladen wurde, in dem Statement-Video, hat irgendjemand in meinen Chat geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das von euch war, aber irgendjemand hat in meinen Chat geschrieben, der hockt safe in der Türkei irgendwo und lebt dort. Also irgendwie sowas in die Richtung, wo wir dann noch so gesagt haben, hä, aber wieso sollte er jetzt in der Türkei hocken und dort leben? Aber scheinbar hat er echt eine Wohnung in der Türkei. Aber vielleicht ist es auch nur eine Zweitwohnung oder vielleicht ist es nur ein Airbnb und sie haben es jetzt auch so einfach als seine Wohnung betitelt. Buch gefakt. So, Ratty-Team, bist du bereit, Digga? Jetzt kommt Bestrafung, Digga. Wir haben ja alles vorbereitet. Schön, Kamera, ne? Das legendäre Steuerbuch. Was habe ich vor? Sag, du ist mir, was willst du von mir, Mann? Aua! Ey, hör mal auf. Du wirst gleich die Wahrheit sagen. Du wirst den Leuten erzählen, was bei dir aufgrund so los ist. Oh nein. Du wirst erzählen, was für Schulden du bei dem Finanzamt hast, Digga. Also das war, du wirst erzählen, was für Schulden du bei dem Finanzamt hast. Und dann ging es hier weiter. Es war also richtig ein kleines Skript, was ihm geschrieben worden ist. Kein... Ein Skript. Ein wildes Skript, ja. Seine Wind der Residenz. Ist auch schon veraltet. Insolvenzverfahren wurde ja tatsächlich irgendwann von Amts wegen eingeleitet. Dann das Video, dann hieß es Fake. Und jetzt ist klar, der Typ hat wirklich kaum Geld. Geld und so weiter. Du erwähnst erst mal kein Geld. Das ist eigentlich Insider im Chat, ja. Weil ich wach's ja ab, Red, mit dem zweiten Account. Moki Moki, ja. Dann, sorry an alle, ne, klar. Punkt Nummer zwei. Kriegst du das hin, mein Lieber? Also ich muss das gleich, ich werde das gleich alles hinterfragen, ja. Aber wir müssen uns das mal anschauen. Das ist jetzt sozusagen die Auflösung dieses Fake-Videos. Leon Maché hat das Skript mehr oder weniger geschrieben, beziehungsweise das Skript kann man jetzt auch nicht sagen. Er hat in so ein Notizbuch ein bisschen Wörter reingeschrieben und daraus hin sollte ab Red dann schnell ein Video drehen. So, Schuldigen suchen. Immer typisch Red, Digga, ne? Kannst du dir, könnt ihr euch vorstellen, da war der Finanzberater war schuld für die 3,6 Millionen Schulden. Das war der Schuldige. War so typisch Red, Digga. Schuldigen suchen, ne? Er will entweder irgendein Streamer oder sagt, dein Steuerberater hat reingeschissen, alles wegen denen. Jetzt kommt eine kleine Steigerung. 3,6 Millionen Schulden beim Finanzamt. 3,6, das wäre ja noch gut, mein Spaß. Und jetzt hier. Ja. Jetzt kommt nochmal der Burger. Jetzt gibt's Burgergeld. Boah, Digga. Burgergeld. Yeah. Burgergeld. Ja, also, das haben die beiden sich schön ausgedacht und die Reaktionen von YouTube Deutschland, die ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Aber das Interessante ist, er hat gesagt, ich habe ein Fake-Video gemacht und wir gucken jetzt gleich mal nochmal rein in das Fake-Video und ich werde euch zeigen, anhand von Recherchen, die ich selbst gemacht habe, dass das so Fake gar nicht war. Also, eigentlich so eine doppelte Verwirrung, die da jetzt gerade statt. Ich frage mich, was ApoRed versucht. Also, ist das alles nur... Also, wir wissen ja, ApoRed ist pleite. Beziehungsweise, wir werden es nach diesem Video wahrscheinlich wissen. Aber wir können jetzt schon erahnen, ApoRed ist pleite. ApoRed versucht uns die ganze Zeit vom Gegenteil zu überzeugen. Dann macht er ein Statement, indem er es zugibt. Das ist aber auch nur Fake. Aber in Wirklichkeit ist es wahr. Was? Hä? Was versucht ApoRed? Will er Klicks mitnehmen? Möchte er wieder einfach auf der Bildoberfläche erscheinen, präsent sein und dadurch Geld machen, um dann seine ganzen Schulden, die er tatsächlich hat, irgendwie abzubezahlen? Apoception. Finde. Aber vielleicht an der Stelle ein bisschen Werbung für uns. Falls ihr betroffen seid von dieser Datenleck, checkt das mal ganz kurz aus. Millionen Deutsche sind von dieser Datenleck betroffen und wir versuchen 1.000 Euro für euch rauszuholen. Aber wenn ihr wissen wollt, ob ihr betroffen seid, dann müsst ihr mal ganz kurz auf diese Webseite gehen, damit wir den dieser Datenleck-Checker kurz die E-Mail-Adresse eingeben und dann sagen wir euch, ob ihr von dieser Datenleck betroffen seid. Das geht wirklich ratzfatz innerhalb von wenigen Sekunden. Könnt ihr das rausfinden. Die 1.000 Euro, die hätten ApoRed wahrscheinlich gut getan, die kann er gut gebrauchen, denn Geld hat er definitiv keins. Vielleicht hat er keine 3,6 Millionen Euro Steuerschulden, was ja wirklich eine Menge Geld gewesen wäre. Wenn man sich das vorstellt, 3,6 Millionen Euro, wenn er die zurückzahlen wollte, dann müsste er 10 Jahre lang jeden Monat 30.000 Euro ans Finanzamt zahlen, um die zurückzuzahlen. Da kann man sich schon vorstellen, welche Dimensionen das sind. Entsprechend verblüfft war YouTube Deutschland, als er das Video rausgehauen hat vor ein paar Tagen. Das waren die Reactions der YouTuber. 3,6 Millionen Klänge, an konntest kaum glauben. Es wurde jetzt jahrelang zu Recht auf ihm rumgehauen. Wenn ApoRed jetzt gerade in dieser Lage ist, ich bemitleide ihn jetzt auch nicht, weil er die ganze Zeit ja unbedingt den Überflexer spielen wollte. Nachdem er jahrelang dieses ganze Lügenkonstrukt versucht hat, aufrechtzuerhalten. Bro, du bist kein Main-Charakter. Du bist auch nur ein Dulli, der über seine Verhältnisse gelebt hat. Du bist kein Main-Charakter. Du bist ein Bot. Ich glaube, dass Red über ganz lange Zeit versucht hat, sein Image im Internet zu wahren, als der, der so viel hat. Der Red war mal so ein Guter. Wirklich? Also ich kenne ihn auch erst seit den Mimi-Videos, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch nie irgendwie Content von ApoRed gesehen, bei dem ich gesagt habe, boah, ist der gut. Aber wäre wahrscheinlich auch nie ein YouTuber gewesen, den ich mir angeschaut hätte. So viel Geld verdient, der so viel teure Sachen besitzt. Wenn ich das richtig gelesen habe, war also die Reaktion... In Deutschland ist er pleite. Ob er wirklich Geld, seitdem er das Statement ins Ausland geschafft hat, um das Finanzamt zu umgehen, steht für mich offen. Zutrauenwürdig ist ihm. Da er jetzt sagt, dass er eigentlich pleite ist, könnte er einfach dazu dienen, um dem Finanzamt öffentlich zu suggerieren, damit er auch in Deutschland nicht als Steuerhinterzieher, um nicht als Steuerhinterzieher zu gelten. Ja, aber weiß ich nicht. Ich meine, sonst hätten sie ja das nicht aufgedeckt. Also hier wird ja dann ganz klar bewiesen, dass es fake ist. Also warum sollte er das Video fürs Finanzamt hochladen? Und ich weiß auch nicht, ob das als irgendeine Art von Beweis gelten würde. Ob er Geld ins Ausland geschafft hat, keine Ahnung, kann sein. Keine Ahnung. Das seht ihr, seid ihr auch vorhin hier, wenn man ApuRed sucht, dann sieht man überall Reaktionen auf ihn. Und oh je, ich glaube bei Monte kamen sogar ein paar Tränchen. Ihm tat es unglaublich leid, dass Red jetzt so viele Steuerschulden hat. Auf alle Fälle war es wirklich so, dass viele, viele Influencer darauf reagiert haben. Und letztlich haben sie... Zu frühen Call of Duty-Zeiten brachte er Gameplay auf hohem Level und war einer der, äh, einer der Besten. Hat gutes Standing und in der Szene ein recht angesehener Name. Nichts Negatives wurde früher mit ihm in Verbindung gebracht. Ach krass, okay. Das ist ja schade, dass er da dann so abgedriftet ist. Wusste ich gar nicht, dass er abwarten Gamer ist. Ich dachte irgendwie, der hat so Schuh-Content gemacht. Also Pranks und irgendwas mit Mode. Also weil er ja so viele Schuhe hatte, dass er halt irgendwie so, keine Ahnung, Schuhe, Mode und Pranks gemacht hat. Schon immer. Ich, äh, Leo Machère und Aperet nur einen Spaß draus gemacht, wie sie auch hier aufgeklärt haben. Das sieht doch wirklich, wie die aktuelle Situation ist. Ja. Wirklich mit Insee-Modus ETC und darüber wollte ich sowieso ein separates Video machen. Wo ihr gerade das Video seht, vielen interessiert gerade sowieso, wie die aktuelle wirkliche finanzielle Lage ist. Ob ich jetzt ein Steuerhinterzieher bin, der multibillionär ist, der im Ausland lebt oder ob ich wirklich ein Burjee-Geld-Brokey-Mokey-Hase bin. Darüber habe ich jetzt wirklich einen aktuellen Talk hochgeladen, wie der aktuelle Stand ist, auch mit Beweisen, ETC, mit Briefen und Haugen. Junge, fang bloß nicht wieder an, Alter, es reicht jetzt, Junge. Also, man weiß schon, ehrlicherweise weiß man gar nicht mehr so ganz genau, was man glauben kann und was man ihm nicht glauben kann. Er hat diese Videos... Ja, das ist schade, dass das Video nicht hochgeladen wurde. Also bis jetzt gibt es kein Video dazu, obwohl er ja meinte, das kommt zeitgleich mit dem Video von Leon Machère raus. Ist nicht rausgekommen. Noch nicht hochgeladen. Wir haben jetzt Montagmorgen... Obwohl es wahrscheinlich gute Klicks gegeben hätte auf das Video, so wie er gerade im Gespräch ist. Morgen 11.20 Uhr, als ich diese Reaction produziere am 11. Dezember. Aber ich habe selber ein bisschen recherchiert und mal geguckt, was kann denn jetzt stimmen, was kann nicht stimmen. In der Vergangenheit war es ja so, dass er gesagt hat, ja, ich bin im In-Sie-Modus, aber in Wirklichkeit habe ich meine Millionen nach Dubai verschleppt. Und da schaue ich mir jetzt mal eine Sequenz an aus dem Fake-Video und wir gucken mal, ja, was kann denn davon jetzt wahr sein und was kann nicht wahr sein. Gucken wir da mal kurz rein. Jetzt bin ich am Ende so hier auf einem Punkt. Das Finanzamt sagt, Digga, wir wollen jetzt eine Menge Geld von dir haben und wir reden hier gerade von 3,6 Millionen. Das heißt, ich habe hier einfach gerade 3,6 Millionen Steuerlast, wo ich nichts machen kann. Das ist Fake, stimmt nicht. Also, selbst wenn alle hier rechts seht, die reagiert haben, Tanzverbots, Kuros, na gut, der ist jetzt nicht, aber hier die Crew, das ist Monte, haben also verschiedenste reagiert. Diese 3,6 Millionen stimmt nicht. Nichts. Das war halt mein Fehler, dass ich ihnen vertraut habe. Er sagt, er hätte einem Finanzberater vertraut. Auch das ist Fake, stimmt also auch nicht. Er hat offenbar keinen Finanzberater gehabt, dem er da vertraut hätte. Aber er hätte ja tatsächlich sich einen Finanzberater holen sollen. Hätte er sich mal einen geholt, dann würde er jetzt bestimmt kein Insolvenzverfahren am Laufen haben. Sagen, wenn das so ist und ein Finanzberater sagt ihm, ey, du kannst hier Reisen machen für 50.000 Euro, du kannst doch alles absetzen. Ja, dann wäre das sicherlich ein Haftungsproblem für den Finanzberater gewesen, was auch immer der Finanzberater wäre, aber wir haben ja gerade gesehen, er hat sich das alles live ausgedacht. Aber schon da habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe, okay, selbst wenn er eine Reise für 50.000 Euro gemacht hätte, dadurch häuft er ja nicht Steuerschulden an. Die Steuerschulden, die kommen ja, weil er vorher unwahrscheinlich viel Geld verdient haben muss. Die hätte vielleicht mal eine Reise nicht absetzen können. Das sagt er auch nachher in dem Video. Aber so ganz logisch war mir das erste Video sowieso schon nicht. Da war auch der Grund, warum wir darauf erstmal nicht reagiert haben, weil ich so dachte, buh, bei Apple Red weiß man nie so ganz genau, was man glauben kann oder nicht. Kann auch alles fake sein, kann auch alles wahr sein. Also das, was wir da jetzt gesehen haben, war also definitiv fake. Er hat offenbar keine 3,6 Millionen. Müsst ihr euch vorstellen, diese ganzen Sachen, diese ganzen Klamotten, etc., die haben alle gar keinen Wert mehr. Also er hatte halt seine Story, weil ich habe mir viele teure Klamotten gekauft, dachte ich könnte die als Influencer absetzen, aber man kann Arbeitskleidung ja nicht so easy absetzen, wenn man sie auch privat nutzt. Das stimmt auch alles, sogar recht gut recherchiert, ja, aber ich bin darauf reingefallen. Aber wild, weil recherchiert hat er ja nicht. Das ist ja ein spontaner One-Take gewesen. Recherchiert hat er ja nicht. Also vielleicht hat er ja sogar schon mal versucht, vielleicht hat er ja schon mal Erfahrungen damit gemacht, weil er schon mal seine Kleidung absetzen wollte, aber das nicht geklappt hat. Den Finanzberater, aber alles eben nur fake. In Wirklichkeit ist er auf gar keinen reingefallen, sondern hat sich das nur ausgefahren. Ich habe keine Ahnung. Also das ist gerade wirklich so ein Punkt, wo ich mir denke, Digga, was soll ich jetzt machen? Ja, was soll ich jetzt machen? Ich komme jetzt gleich drauf, was er macht. Und dann schauen wir uns das hier noch an. Deswegen auf jeden Fall ist der Insie-Modus aktiv und der wird realistisch auf jeden Fall gar nicht deaktiviert. Natürlich hier Restschuldbefreiung. Also das ist jetzt das Wichtigste aus seinem Fake-Video. Deswegen auf jeden Fall ist der Insie-Modus aktiv und der wird auch nicht deaktiviert. Restschuldenbefreiung und und und. Das ist die einzige Möglichkeit, was man hier machen kann, damit man halt da rauskommt, weil ich würde jetzt auf jeden Fall keine 3,6 Millionen jetzt irgendwo aufgetrieben bekommen. Die 3,6 Millionen, vergesst die mal. Die Zahl ist auch irrelevant, denn er hat offenbar Schulden und der Insie-Modus, der ist aktiv. Und das kann ich euch sogar beweisen, weil man das gleich sehr schön sieht. Das heißt, vieles, was hier in den Medien geschrieben ist, ist erstmal falsch. Man sieht jetzt hier noch vor 15 Stunden Hamburger YouTuber App Red hat 3,6 Millionen Euro Schulden, sagt die Hamburger Morgenpost. Fokus sagt, App Red hat 3,6 Millionen Euro Schulden, bekommt jetzt Stütze. Und dann hier, T-Online hat es schon recht aktuell. Geständnis auf YouTube war offenbar nur ein Scherz. Doch nicht pleitert. Business Insider. Die Nächsten sagen kein Geld mehr. Also er hat die ganze deutsche Medienlandschaft veräppelt. Auch die Bild-Zeitung hier erprotzt, aber geht zum Arbeitsamt. Alle haben sich lustig gemacht und darüber berichtet. Und die Wahrheit ist, wenn man sich das jetzt mal anschaut, man kann ja bei Insolvenz bekannt machen und gucken, was denn hier Phase ist. Also, wie sieht es aus bei... Aber als ob man das einfach... Also woher hat er das? Ist das so ein Anwaltsprogramm oder ist das einfach ein Google? Also kann man das einfach... Kann man das öffentlich einsehen? Weil das ist ja schon heftig, dass du einfach so die Insolvenzverfahren von anderen Leuten einsehen kannst. Ja, kann man das öffentlich? Boah, ist das heftig! Krass! ...hat Nadiem Ahadi, wie ihr ApoRed richtig heißt. Und das ist öffentlich, liebe Leute. Man kann einfach mal schauen. Ich habe es bei Insolvenzbekanntmachungen geguckt. Was sind die neuesten Meldungen? Und ihr seht schon, vom 29. November gibt es eine Meldung. Aber wir gehen mal Stück für Stück nach. Man kann also einfach nachlesen im Internet. Man muss nicht auf seine eigenen Fake-Videos vertrauen, sondern man kann nachlesen, wie es ihm geht und wie es um ihn steht. Hier sieht man also 28. März 2022. Da fing das ganze Drama an. Da wurde ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen den Web-Videoproduzenten Ahmad Nadiem Ahadi eröffnet und Dominik Montag wurde als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Dann ging das Spektakel weiter. Man sieht, am 12. September 2022 gab es neueste News. Da hieß es, dass das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist wegen Zahlungsunfähigkeit und wenn man dann noch gläubiger war von ApoRed, dann hatte man die Möglichkeit. Ich muss doch wissen, ob der Gegenüber, mit wem man Geschäfte machen will, liquide ist. Ja, stimmt. Aber ich dachte, dass es da dann noch so ein anderes Programm gibt. Also, dass du da dann irgendwie, ja, weiß nicht, dass du das nicht einfach googeln kannst, sondern dass du da dann irgendwie Informationen zugeschickt bekommst, die dir offengelegt werden, wenn du eben mit jemandem, also sowas wie eine Schuhverprüfung halt, also so in die Richtung, nur halt, dass es sowas auch mit Insolvenzverfahren gibt. Die Möglichkeit, Forderungen bis zum 17. Oktober 2022 anzumelden. Und es wurde ganz genau gesagt, wie die Termine ablaufen sollten, wann die Gläubiger zusammenkommen sollten. Zu einer Gläubigerversammlung ist ziemlich genau ein Jahr her. Und so nahm die Sache ihren Lauf. Und jetzt gab es tatsächlich neuste News, die sind noch gar nicht so lange her, ungefähr elf Tage her. Und da seht ihr am 29. November 2023, seht ihr, in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Ahmad Nadim Ahadi, Insolvenzverwalter Dominik Montag, wird auf das Entgelt des Insolvenzverwalters folgender Vorschuss bewilligt. Das heißt, hier will der Insolvenzverwalter schon mal ein bisschen Knete haben. Und der will das Geld schon mal der Insolvenzmasse entnehmen, weil er vielleicht bis daheim noch nicht so viel Geld gesehen hat. Und da heißt es, der Verwalter übt sein Amt jetzt schon seit einem Jahr aus, seit dem 9. September 2022, nach Abschluss der Tätigkeit, hat er Anspruch auf Vergütung für seine Geschäftsführung und auf Erstattung angemessene Auslagen. Und jetzt heißt es, im Hinblick auf die lange Dauer des Verfahrens und den erforderlichen hohen Arbeits- und Verwaltungsaufwand kann das Gericht einen Vorschuss bewilligen. Es ist sachgerecht, im vorliegenden Verfahren von dieser Möglichkeit gebraucht zu machen, die Angaben über die entstandenen Auslagen sind glaubhaft. Mit anderen Worten kann man sagen, das Insolvenzverfahren läuft noch volle Pulle und der Insolvenzverwalter will jetzt mal ein bisschen Knete sehen. Das ist... Ja, heftig. Hier in Sachen Apo-Red. Und was bedeutet das jetzt konkret für ihn, dass das Insolvenzverfahren läuft? Nun ja, es ist Schnuppe, ob er beim Finanzamt 3,6 Millionen Euro Schulden hat oder ob er 50.000 Euro Schulden bei sonstigen Leuten und sonst kein Geld mehr hat. Das Insolvenzverfahren über ihn ist eröffnet worden. Das hat er auch offen in einem Fake-Video gesagt, das hat er auch schon in der Vergangenheit mal gesagt. Und er hofft jetzt auf das hier, nämlich er hofft am Ende des Insolvenzverfahrens nach drei Jahren auf die sogenannte Restschuldbefreiung. Da habt ihr aber gesagt im Chat, dass es keine Restschuldbefreiung gibt bei Steuerschulden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich lerne hier so viel im Chat mit euch. Das haben ganz viele nämlich das letzte Mal im Chat gesagt, als wir uns eben dieses Statement von ApoRed angeschaut haben, das ist Steuern, dass es keine Restschuldbefreiung gibt bei Steuerschulden. Was bedeutet das? Egal wie viel Geld er bis dahin zurückgezahlt hat, danach ist er schuld. Er hätte er beantragen müssen. Ja, aber die Leute im Chat, also ich bin jetzt gespannt, was Solmecke dazu sagt, weil letztens hieß es, es ist egal, ob es beantragt oder nicht, bei Steuerschulden gilt das nicht. Also bei Steuerschulden kannst du das gar nicht beantragen, weil es da keine Restschuldbefreiung gibt. Schuldenfrei und kann wieder neu durchstarten von Null an. Das ist die große Hoffnung des ApoRed hier, dass er neu durchstarten kann und zwar schuldenfrei. Was muss er bis dahin tun? Steuerschulden sind Ehrenschulden. Erwerbsobliegenheiten, sprich er muss arbeiten gehen, er muss noch ein bisschen eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben, muss versuchen noch ranzuschleppen, was geht, um seine Gläubiger zu befriedigen und wenn dann alles gut läuft, kann man am Ende sagen, ja Kollege, du hast dich hier wirklich wohl verhalten in den drei Jahren, hast alles dafür getan, um so viel wie möglich zurückzuzahlen, auch wenn es nicht gereicht hat und ja, dann kann man sagen, der Rest ist jetzt erlassen. Das ist hier wirklich Sache und die Wirkung ist tatsächlich easy. Das heißt, wird die Restschuldbefreiung erteilt, wirkt sie gegen alle Insolvenzgläubiger, das gilt auch für Gläubiger, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben. Das heißt, hier kann er wirklich komplett reinen Herzens dann aus der Nummer rausgehen, wenn er sich wohl verhält. Und das wird also sein großes Ziel jetzt sein, dass er sagt, ich mache jetzt hier mein YouTube-Video. So, dann geht es ja doch mit Steuerschulden, sonst hätte Solmeck jetzt ja irgendwie gesagt, dass das nicht geht. Insoweit werden Steuerschulden von der Erteilung der Restschuldbefreiung ausgenommen, wenn eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Steuerstraftat nach den Paragraphen 370, 373 oder 374 der Abgeordneten, äh, war das? Der Abgabenordnung AO vorliegt und die Forderung entsprechend angemeldet wird. In diesen Fällen erstreckt sich die Rechtsschuldbefreiung also weder auf die verhängte Geldstrafe noch auf die rückständige Steuerforderung selbst. Okay, mh, aber, ja, er hat ja nicht, also wenn er jetzt Steuern hinterzogen hätte quasi, dann ist das eine Straftat, dann greift er das, also dann kannst du da mit keiner Restschuldbefreiung rechnen, sozusagen, aber wenn du Schulden beim Finanzamt hast und es nicht zahlen kannst, dann gäbe es dort theoretisch eine Restschuldbefreiung. Okay, 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 okay. Ja gut, von Steuern, äh, Steuerhinterziehung ist ja jetzt hier erstmal nicht die Rede bei Red. Also, ah ja, okay, wenn du eine Million Bootlegs verkaufst, schwarz als Straftat und dir dann Steuern zulass gelegt werden, dann zahlst du alles, okay, 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 got it. Mache Pranks, für die er übrigens nicht drangekriegt werden kann, kann vielleicht der eine oder andere sagen, dass sich das veräppelt fühlt, man muss ihm doch jetzt eins reinwürgen können, weil er ganz YouTube Deutschlands und noch die ganze Medienlandschaft hinters Licht geführt hat, nö, da kann man nichts machen, er könnte auch behaupten, die Erde sei eine Scheibe, genauso kann er behaupten, er hat 3,6 Millionen Euro Steuerschulden, Jasmin, das geht, hi, solange er nicht irgendwelche anderen Menschen einer falschen Tat verdächtigt, und das tut er ja hier nicht, kann ihm hieraus eigentlich kein Strick gedreht werden. Was auch noch interessant ist, sagt, ja, mir ist ja alles in einem Fake, wie du sagst. Die Insolvenz ist von der Krankenkasse veranlasst, nicht vom Finanzamt, noch nicht? Ich dachte, die Insolvenz ist von ApoRed veranlasst, also dass derjenige, um den es geht, das Insolvenzverfahren beantragt, weil das doch was ist, was gut für einen ist, also dass man da dann eine Restschuldbefreiung bekommt, wenn es ist. Können auch andere für dich eine Insolvenz veranlassen, also zum Beispiel die Krankenkasse, wenn du sie nicht zahlen kannst, oder Finanzamt, wie ich vorhin schon sagte, nicht von ihm. Ach so, andere können das auch, ah, okay, hoffe so, ihr kommt nicht auf die Idee, auf YouTube zu behaupten, sie hat 3,6 Millionen Euro Steuerschulden. Ja, bis es soweit kommt, sollte ich erst mal ein bisschen mehr verdienen. Du kannst sogar, wenn du deinen Lohn nicht bekommst, Insolvenz beantragen für die Firma, was krass wäre, oha, jeder, bei dem du Schulden hast, kann das veranlassen, ach krass, okay, okay, das, okay, krass, ich lerne so viel mit euch, das ist heftig, ich habe langsam voll die Kenntnis, was, was Steuerschulden, Insolvenzverfahren angeht, also sollte ich jemals in diese Situation kommen, dann bin ich jetzt voll fit in dem Thema. Oh mein Gott, damit ruhe ich meinem Chef das nächste Mal. Ich mache dich insolvent, zahle mir mein Geld. genommen worden, ich habe, bis auf ein paar hunderttausend habe ich nichts mehr, mit den hunderttausenden, das würde wahrscheinlich wieder nicht stimmen, ich glaube nicht, dass er noch bis auf ein paar hunderttausend noch was hat, denn das Einzige, was ihm jetzt noch bleiben könnte in so einem Insolvenzverfahren, schlinzelt dreimal schnell, wenn wir Insolvenz anmelden sollen. ...sind die sogenannten unfendbaren Sachen und Tiere. Ist also genau aufgelistet in § 811 Zivilprozessordnung, was nicht gefendet werden kann. Imagine, imagine, man könnte Tiere fenden. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, ich werde, also keine Ahnung, ich bin insolvent und dann klopft sie ihm da meine Tür und sagt so, wir nehmen jetzt ein paar Sachen mit und dann nehmen die einfach die Katzen. Das wäre so pain, das wäre so schrecklich. Ich würde kämpfen, ich würde anfangen zu kämpfen. Irgendwo wurde doch mal ein Hund aus einer Familie gefändet, was? Wirklich? Boah, da würde ich wirklich, also ich bin ja gegen Gewalt und so, aber da würde ich wirklich, da würde ich anfangen zu kämpfen. Wenn Katze nehmen, dann würde ich weglaufen. Tiere fenden wir richtig ehrenlos. Das wäre ja so unmenschlich. Das wäre so unmenschlich. Also, so, das wäre ja so, als würde dir jemand dein Baby wegnehmen. So, einfach, okay, das gehört jetzt uns. Wir nehmen es mit. Vor allem, das ist ja auch nichts wert. Also, Tiere, also ich glaube jetzt nicht, dass meine Katzen so viel Geld wert sind, dass es sich auch lohnen würde, sie zu fenden. Ich glaube, für die würdest du einen Zehner kriegen oder so. Also, das geht ja da eher um den emotionalen Wert. Gepfendet wird nur das, was auch verkauft werden kann. Die Kosten, ja eben, eben, es sind ja mehr Kosten, als dass es denen irgendwas bringt. Ganze Essen, ganze Aufmerksamkeit auch und so. So, Reiner. Zum Beispiel alles, was er für die Lebens- und Haushaltsführung braucht, da kommt der Staat nicht ran hier oder der Insolvenzverwalter kommt. Damals sah er wie ein Anwalt aus. Ich finde, er sieht jetzt so modern aus. So mit diesem Rollkragenpulli, der Glatze und so. Jetzt sieht er irgendwie so, er ist zum Bangen geworden. Jetzt sieht er so richtig fresh aus. Sieht jetzt fresh aus. Ja, genau, genau, genau meine Worte. Er sieht jetzt fresher aus. Ja. Pferde sind etwas wert. Gab beziehungsweise gibt es einen Fall, in dem es einen Schutzhof für Pferde gibt. Die verkaufen aber vermutlich das Fleisch. Also Schlachtung, was? Oh, es ist grausam. Meine Tante hatte mal ein Hausschwein und das müsste geschlachtet werden wegen Schweinegrippe. Ripp Rudi. Oh nein, Rudi das Hausschwein. Das ist auch Pain. Er ist der Steve Jobs, der Anwaltsszene. Für mich sieht er jetzt aus wie ein Mitarbeiter in der Apple Genius Bar. Braucht für die Ausübung seiner Erwerbstätigkeit, also eine YouTube-Kamera könnte man hier auch nicht fänden. Wenn er krank wäre, könnte man ihm seine Medikamente nicht nehmen, oder? Deine Diabetes-Spritzen? Ja, die gehören jetzt mir. Musst du gucken, wie du über die Runden kommst. Die verkaufen wir jetzt auf dem Schwarzmarkt weiter. Pech gehabt, wenn du denn Insulin brauchst. Hättest du mal keine Schulden gemacht. Nee, aber ja, klingt logisch, dass man die Sachen nicht fänden kann. Auch wäre jetzt auch Pain, wenn man irgendwie die Kamera oder jetzt so in meinem Streamer-Fall zum Beispiel, wenn man jetzt meinen PC oder so mitnehmen würde und ich dann nicht mehr streamen könnte und damit dann auch nichts mehr verdienen könnte, wäre natürlich doof. Einfach Insulin finden. Alles, was zur Religionsausübung bleibt, aber da muss man sagen, da bleibt der Wert nicht 500 Euro. Da darf er übersteigen. Das heißt, hier sieht es so aus, dass er nicht so ohne weiteres mehrere hunderttausend Euro noch haben kann. Das war ja etwas, was er in seinem Fake-Video gesagt hat. Es ist ganz genau aufgelistet in 811 Zivilprozessordnung, was nicht gefändet werden kann und was doch gefändet werden kann. Sprich, hier ist es so, dass ApoRed vielleicht noch ein paar Sachen hat, aber ansonsten Brokey-Mokey ist die erste, wenn man so schön sagt. Also Pleite. Er ist einfach nur Pleite und hat kein Geld mehr. Würde es stimmen, dass er noch Millionär ist, würde er sich hier möglicherweise strafbar machen. Es gab auch Videos, wo er gesagt hat, ich habe alles ins Ausland nach Dubai geschafft. Auch das wäre eine gläubige Benachteiligung. Auch das wäre illegal. Es kann natürlich sein, dass der Insolvenzverwalter Eben ist gekommen, ist er wirklich insolvent? Ja, er ist insolvent. Er tut so, als wäre es nicht, aber er ist es. Imagine, Finanzamtmitarbeiter verdienen sich einen goldenen Daumen, indem sie den Schulden an die Medikamente wegnehmen und die Antibiotika auf dem schwarzen Markt verkaufen. Ja, das wäre schon echt ein anderes Level vom Böse. Aber ich glaube, wieso böse sind die Leute beim Finanzamt nicht. Also ich muss auch sagen, bis jetzt, wir hatten ja auch schon Leute hier im Chat, die beim Finanzamt gearbeitet haben und ich habe auch schon mit dem Finanzamt Kontakt gehabt, ab und zu mal in meinem Leben und mit denen telefoniert und so gequatscht und so, wenn man auch gerade, wenn irgendwie was unklar war, weil ich finde, Steuern ist immer so übel schwierig, teilweise und unverständlich. Und ich muss sagen, ich habe ja immer irgendwie, also ich weiß nicht, das Finanzamt, das ist jetzt kein Wort, das ich gerne höre, so Finanzamt, da denke ich schon so, oh, Finanzamt. Aber die Leute, die beim Finanzamt arbeiten, bis jetzt irgendwie jeder, mit dem ich geredet habe, der irgendwie beim Finanzamt arbeitet, die sind super nett, die sind super nett, die versuchen dir voll zu helfen, dir Dinge zu erklären, sind voll geduldig und so. Also bis jetzt wirklich, müsste ich sagen, man hat irgendwie mehr Angst vor dem Finanzamt, als es eigentlich sein müsste, weil die Leute sind wirklich nett. Die Leute sind da echt nett. Und ich hatte auch nur mega gute Erfahrungen. Ja, ich auch. Ich auch. Meine Mutter, liebster Mensch, auch immer sehr kompetent. Ja, ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dass die auch super, oder so, keine Ahnung, ist auch schon mal vorgekommen, dass ich irgendwas zu spät eingereicht habe oder irgendwas, so, keine Ahnung, mal irgendwas zu spät eingereicht habe oder mal was vergessen habe oder so. Und wenn man dann mit denen telefoniert und sagt, ey, sorry, reiche ich nach, dann sind die auch immer so, ja, gar kein Problem, das hinterlegen wir sofort im System, keinen Stress, einfach dann schicken und so. Also wirklich, die sind so nett, die sind so nett dort, dass zum Glück, weil sonst hätte ich wirklich Angst vor denen. War fünf Jahre selbstständig, die sind nicht nett. Also ich habe bis jetzt nur, also jeder macht ja unterschiedliche Erfahrungen. Bis jetzt habe ich wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Sind super nett, aber wenn es darauf ankommt, knochenhart, auch wirklich? Okay. Finanzamt war früher mies, heute sind die meistens chillig. Wenn ich chillig ist, sind die Krankenkassen. Echt? Ich finde auch meine Krankenkasse ganz nett, aber mit denen hatte ich noch nicht so viele Berührungspunkte. Bis jetzt so, mit denen ich geredet habe, die waren ganz, ganz nett eigentlich und auch ziemlich geduldig mit mir. Wenn ich irgendwie Fragen hatte oder so, gerade so zum Anfang der Selbstständigkeit, wo es dann so unklar war, was ich ausfüllen muss und was ich denen schicken muss und so. Solange du sie nicht verarschen willst, ist einfach mit dem Finanzamt zu arbeiten. Ja, glaube ich auch. Für alle Finanzamtmitarbeiter, die gerade zuschauen, ihr seid die besten Menschen auf der ganzen Welt. Ihr seid toll. Werdet bloß nicht böse auf uns und schaut bitte nicht so genau auf unsere Steuerbescheide. Achso, und ja, ja, würde ich es unterschreiben und dann würde ich noch, ähm, hinzufügen, löscht mich aus euren Systemen. Ich würde das Abo gerne bei euch abbestellen. Ich möchte nicht mehr zahlen, passt schon. Ich hatte mal was mit der Krankenkasse und die waren am Telefon richtig assi. Bin dann in der Geschäftsstelle und die waren so nett. Hab denen das auch gesagt. Äh, die haben sich voll gefreut. Ach krass. Ja, ich hab bis jetzt, ähm, also ich war einmal vor gefühlt zehn Jahren oder so vor Ort bei meiner Krankenkasse. Ähm, aber so am Telefon hab ich bis jetzt eigentlich mit meiner, vielleicht kommt's auch drauf an, bei welcher Krankenkasse man ist. Ähm, aber bei der, bei der ich bin, die sind, äh, weiß nicht, die sind super nett. Die machen einen Fehler. Ich muss unberechtigt was zahlen. Und als er einsah, dass er einen Fehler machte, was war da? Ja, keine Entschuldigung. Und sagt nur, machen Sie die Steuer, dann bekommen Sie das Geld wieder. Oh, das ist natürlich unlucky. Das ist nicht so eine coole Erfahrung. True. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, Kirche austreten, aber noch so ein To-Do für dieses Jahr. Oh, mach das. Ja, ja, hab ich auch gemacht dieses Jahr. Noch forscht, wo die ganze Knete geblieben ist, wenn es denn mal jemals viel Geld gab. Mir hat mal sogar eine Finanzamtmitarbeiterin geschrieben, machen Sie mal bitte die Steuer für dieses Jahr. Es lohnt sich, denn Sie würden Geld von uns zurückbekommen. Geben Sie Gas, ich kann Ihnen nur noch eine Nachfrist, nachfrist bis bla 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 zugestehen. Krass. Schau mal, es gibt so coole Menschen da draußen. Denn das Verfahren, das zieht sich jetzt tatsächlich schon lange und zwar so lange, dass jetzt der Involvenzverwalter gesagt hat, ich will jetzt mal ein bisschen Vorschuss aus der Insolvenzmasse haben. All das Vermögen, was jetzt beim Insolvenzverwalter liegt, daraus will er sich schon mal ein bisschen was picken, bevor nachher das ganze Geld an die Gläubiger verteilt wird. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch eine ganze Ecke uns beschäftigen werden mit ApoRed, denn er führt immer wieder Leute hinters Licht und das werden wir hier natürlich auf diesem Kanal auch weiter beobachten. Und wenn ihr das mitbeobachten wollt, lasst ein Abo da und wenn ihr sogar für uns arbeiten wollt, dann guckt mal unten in die Caption. Wir haben sehr viele Jobs offen, insbesondere suchen wir gerade Rechtsanwalts, Fachangestellte, männlich, weiblich, divers in Köln oder remote. Einfach mal unten in die Caption gehen. Ich glaube, das ist sogar so eine der wenigen Anwaltskanzleien. Also ich kenne jetzt auch nicht super viele Anwaltskanzleien, aber ich denke, dass, also ich habe immer so diesen Vibe von der Anwaltskanzlei, dass es da schon immer noch sehr altmodisch, altbacken so ein bisschen abgeht. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass das sogar eine Anwaltskanzlei ist, die da ziemlich modern unterwegs ist, schon. Also falls ihr einen Job sucht, Leute, und Anwaltsgehilfe seid, Anwaltsgehilfe heißt das, ja, oder? Dann bewerbt euch. Dann könnt ihr mit dem Sollmecke zusammenarbeiten. Da ist ein Link zu unseren offenen Jobs. Und dann kommt ihr auf unsere Karriereseite, da sind also ganz viele offene Jobs, da seht ihr auch, was wir hier haben. Oh, es sieht cool aus. Die Mitarbeiter sehen schon sympathisch aus, gell? Da kommt ihr auch auf unsere Karriereseite, da sind also ganz viele offene Jobs. Wie aussieht, als hätten die da viel Spaß zusammen. Wohne zu weit weg. Ja, aber da stand Köln oder Remote. Also man kann auch von zu Hause aus arbeiten. Deine Insta-Bilder waren ja mal mega. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Jobs, da seht ihr auch, was wir hier in der Kanzlei so machen. Dass wir hier Top-Arbeitgeber 2024 geworden sind bei den Juratio Awards. Also ich glaube, man hat hier ein schönes Paket, wenn man für uns arbeitet, entweder aus Köln oder Remote. Ab Red für den hätte ich leider jetzt Karle keinen Job parat. Der muss seine Knete im Rahmen des Insolvenzverfahrens irgendwie anders beschaffen. Er hat keine 3,6 Millionen Euro Schulden. Es wird irgendein anderer Betrag sein. Who cares? Es ist auch ganz egal, wie hoch es ist. Er wird jedenfalls... Ja, stimmt, Felix. Ich vergesse das immer. ...Schulden haben, sonst wäre nicht das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Schulden sind halt nur nicht beim Finanzamt und er ist offenbar nicht schlecht beraten worden. Das ist von seinem Finanzberater. Ach so. Er hat Schulden, aber er hat keine Steuerschulden. Das habe ich nicht gecheckt gerade. Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat er überhaupt keine Schulden beim Finanzamt, aber er hat Schulden. Wir hören uns noch die letzten 5 Sekunden an oder die letzten 10. wird jedenfalls Schulden haben, sonst wäre nicht das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Schulden sind halt nur nicht beim Finanzamt und er ist offenbar nicht schlecht beraten worden. Das ist von seinem Finanzberater. Das ist auch schon der ganze Gag. Vermutlich hat er auch Schulden beim Finanzamt. Aber es wurde ja gerade gesagt, er hat keine beim Finanzamt. Er hat keine Schulden beim Finanzamt, aber irgendwo anders hat er Schulden. Aber krass, das ist eine interessante Info, weil die hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Bei dem Beruf habe ich damals am Girls Boy Day in der Schule mitgemacht. Haben erst mal morgens schön gefrühstückt, dann durfte ich mir noch eine Akte durchlesen, wo es um einen Mord war, ging. Oh, spannend. Und nachmittags durfte ich mit Zuggericht, wo es darum ging, dass sich zwei Leute darum gestritten haben, wer den Garten zu mir vor dem Haus kaputt gemacht hat. Also wenn ich irgendwie in dieser, in dem Bereich arbeiten würde, also wenn ich jetzt irgendwie in der Anwaltskanzlei arbeiten würde, dann würde ich, glaube ich, nicht in der Anwaltskanzlei arbeiten, in denen es irgendwie so um Finanz-, also so Wirtschaftssachen geht, Finanzen, Steuern, also so Wirtschaftsanwälte und so weiter und so fort. Sondern ich würde so bei denen hocken, die genau sowas machen, so entweder so Kriminalfälle oder so Nachbarschaftsstreit, Ehestreit. Und dann würde ich da immer mit zugerichten, oder nicht immer, aber halt immer, wenn es geht, so mit zugerichten und mir das anhören, und das wäre nicht so spannend oder mir so die Akten durchlesen und so. Insofern hat er mich von Anfang an gewundert, warum es so etwas Besonderes sagt. Ach, das wissen wir ja auch noch nicht. Es gibt noch kein öffentliches Steuerverfahren. Okay. Ah, okay. Ist auch mega interessant. Die Ferne haben auch einen lustigen Dreck am Stecken. Ja, true, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wäre es schon lustiger zu sehen, sowas wie Dualbrot es gesagt hat, so zwei Leute streiten sich um Gartenswerk oder ja, halt auch irgendwie so was Kriminelleres, irgendwie jemand, der, keine Ahnung, richtig dumm irgendwo einbricht. Sein soll, dass er jetzt pleite ist, das war doch eigentlich klar. Klar, ich muss sagen, 3,6 Millionen Euro Steuerschulden, das wäre schon beachtlich gewesen, aber warum hat eigentlich niemals jemand hinterfragt, wie ApoRed 7, 8, 9 oder 10 Millionen Euro verdient haben soll? Das wäre in meinen Augen die richtige Fragestellung gewesen. Jetzt sehen wir, wahrscheinlich hat er niemals so viel. Ja, ich finde, das ist halt schwierig, weil obwohl es mittlerweile ein gängiger Beruf ist, das Influencer sein und mit YouTube und Hogell zu verdienen, ist es trotzdem ziemlich unklar, wie viel man damit verdienen kann, weil es halt auch extrem schwankt und man weiß einfach, ich finde, es ist total schwierig einzuschätzen, wie viel man wirklich damit verdient und auch mit den Kooperationen, die man abschließt, was für Deals man da macht und ich glaube, ApoRed hat ja nicht nur die YouTube-Einnahmen gehabt, hat er denn nicht irgendwie auch so einen Waffelladen oder so, wo man irgendwie so Waffeln essen gehen konnte oder ja, halt einfach noch so ein anderes Unternehmen und da weiß man ja auch nicht, also es ist eine Hausnummer, ich fand es auch krass, Musik, ach, das war Leon, ah, okay, so eine Waffel hätte ich richtig Lust gerade, aber ja, es ist halt schwierig, das einzuschätzen, wie viel Geld die Leute wirklich haben und dann weiß man ja auch nicht, hat er sein Geld vielleicht irgendwo, zum Beispiel ein Unge, der hat ja auch super viel Geld gemacht, einfach weil er gut investiert hat und sein Geld halt gut für sich hat arbeiten lassen und damit gut Geld gemacht hat, hätte ja sein können, dass ein ApoRed das auch macht, also deshalb, es ist schwierig, es ist schon was, wo ich gedacht hätte, okay, hätte ich nicht damit gerechnet, dass er so viel Geld verdient, aber ich hätte es jetzt ihm auch nicht absprechen können, weil ich es einfach nicht weiß, wie das, was er da für gemacht hat. Da musst du nicht mehr zu den Anwälten, geh einfach zu Gericht, melde dich, dass du als Chefin arbeiten möchtest, dann sitzt du in den Gerichtsverhandlungen dabei, darf sogar mitentscheiden und du bekommst sogar Geld dafür, was? Was darf ich entscheiden? Kann ich dann aufstehen und sagen, schuldig! Fünf Jahre Gefängnis! Äh, ohne... Äh, ohne... Warte, wie heißt das nochmal? Also, ohne... ohne vorher freizukommen. Irgendwie so. Ohne Bewährung, ohne Bewährung, ja. Ja, ohne Bewährung. Ja, aber das ist ja richtig krass, wusste ich gar nicht. ... viel verdient und hat auch nicht Steuerschulden in Höhe von 3,6 Millionen Euro, hat aber zumindest so viele Schulden, dass es nicht alleine packt, es zurück zu... Das Ding ist, ich könnte, glaube ich, nicht vor Gericht sitzen, weil ich... Ich zeige einfach zu viele Emotionen. Ich würde da sitzen und dann würden die irgendwie vorlesen, was gemacht wurde. Und die sagen so, der Angeklagte hat... Straftat XY begangen. Und ich war so, boah, krass. Heftig. Und dann sagen die so, okay, wir entschließen uns jetzt dazu, den Angeklagten für fünf Jahre ins Gefängnis zu stecken, ohne Haft. Und ich war so, als ob. Ich würde da... Ich würde da... Ich fand das so spannend, dass ich einfach meine Emotionen wahrscheinlich ab und zu zu sehr zeigen würde. Und ich glaube, dass wir dich nicht so gut ankommen. Du bist so eine, die auch in Filmen immer alles kommentiert. Tatsächlich ja. Und ganz hart hat das erst angefangen mit dem Streamen, weil ich das durch Streamen so gewohnt bin, alles, was ich sehe, zu kommentieren. Und ja, wenn ich Filme nicht alleine gucke, sondern Filme mit anderen gucke und mich irgendwas in einem Film richtig triggert, weil es enddumm ist, weil jemand was richtig Dummes gemacht hat oder was Krasses oder irgendwas, dann bin ich die, die auf Pause drückt und sagt, also, das hat er sich wirklich gesagt. Du willst mir jetzt erzählen, dass Person X den ganzen Film über das und das nicht gemacht hat und das jetzt erst auf dem Tisch... Also so halt. Und ich glaube, dass Leute, die Filme mit mir schauen, langsam genervt sind von mir. Deshalb schaue ich mir Filme einfach alleine an und denke es mir. So ist es nur da für den dramatischen Effekt. wie unsympathisch. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es sind Gedanken, die müssen raus. Ich muss es, ich muss es, ich muss es einfach loswerden. Ich kann das nicht für mich behalten, wenn irgendwas Blödes in einem Film passiert. ...zu zahlen. Deswegen hat er ein Insolvenzverfahren an der Backe, was immer noch läuft. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen... Wann wurdest du das letztendlich aus dem Kino gewonnen? Erstmal so im Kinosaal aufstehen, nach vorne gehen und sagen, Halt, Stopp! Ich muss was sagen. Darum kann man Watchpartys nicht stoppen, wegen Leuten, wie so, ey, wie oft ich schon, wie oft ich schon eine Watchparty stoppen wollte. Wir machen mal ganz kurz ein paar Minuten zurück, äh, paar Sekunden zurück. In meinen Augen die richtige Fragestellung gewesen. Jetzt sehen wir, wahrscheinlich hat er niemals so viel verdient und hat auch nicht Steuerschulden in Höhe von 3,6 Millionen Euro, hat aber zumindest so viele Schulden, dass es nicht alleine packt, es zurückzuzahlen. Deswegen hat er ein Insolvenzverfahren an der Backe, was immer noch läuft. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in diese verwirrenden Fake-Statements des ApoRed und seines Kumpels Leo Machère bringen. Falls Ihnen das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Wir beobachten das auf jeden Fall weiter. Wir gucken vielleicht auch noch, vielleicht kommt noch ein Statement von Leo Machère, äh, von ApoRed, so wie angekündigt, dann würden wir darauf auch nochmal reagieren. Bis dahin habe ich noch diese beiden schönen Videos für euch am Start. Bleibt gesund, liebe Leute, bleibt mir treu. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin. Okay, interessant. Interessantes Video. Es war jetzt nicht wirklich eine Neuheit, weil irgendwie wussten wir alle schon, dass ApoRed pleite ist. Deshalb keine Ahnung, was ApoRed da versucht. Ich könnte jetzt auch mal ApoRed Seite aktualisieren. Vielleicht ist da ja was. Nee, kein neues Video. Also das Video ist nie gekommen. Er lädt auch ganz selten nur Videos hoch. Fällt mir gerade auf. So vor sechs Tagen, dann vor zwei Monaten, vor fünf Monaten, vor sieben Monaten, vor elf Monaten. Also er lädt auch nur noch ganz, ganz, ganz selten Videos hoch. Aber die Klicks an sich sind gar nicht so schlecht auf die Videos. Also es sind schon oft über 100.000 Aufrufe. Ganz, ganz wenig Videos nur. Besser ist's. Ich war mal mit einem Typen im Kino, der einen Anruf während dem Film angenommen hat. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Was? Ach so. Ja. Super. Vielen Dank.